Dieses Video ist für alle, die in 2024 ein Haus bauen möchten und darüber hinaus natürlich. Wir schauen uns heute mal an, wo geht die Branche hin, was passiert mit einmal Zinsen, Förderungen, Baupreis, Entwicklung, dazu habe ich ein paar Sachen für euch, Grundstücke, dann ein großer Trend, den ich für nächstes Jahr sehe und natürlich auch nochmal ein Einblick in Bauzeiten und am Ende noch ein nicht so schönes Thema, ein großes Risiko für 2024, auf das man sich vorbereiten sollte und jetzt geht's los. Also Nummer 1, die Zinsen und da gibt es ja die erfreuliche Entwicklung, dass der Zinssatz aktuell nach unten geht und diese Entwicklung auch wohl so weitergehen soll. In den letzten zwei Monaten ging der Zins schon um 0,7, 0,8% nach unten, was schon wirklich ordentlich ist und was schon die Finanzierungsmöglichkeiten wieder ganz anders macht. Und das ist auch ein wichtiger Tipp an der Stelle, wenn ihr jetzt erst im August oder September bei eurer Bank wart und mal gerechnet habt, was ist denn möglich, was könnt ihr euch leisten, dann kann diese Berechnung heute schon wieder ganz anders aussehen. Und viele Experten gehen davon aus, dass die Zinsen auch weiter nach unten gehen im nächsten Jahr, wenn auch nicht stark, aber die meisten Experten gehen von einem gleichbleibenden bis leicht sinkenden Zinsniveau aus und es könnte vor allem dann dynamischer werden, so Mitte nächsten Jahres, wo schon viele erwarten, dass die EZB dann auch wieder die Zinsen senkt, so im Juni, Juli. Also da darf man gespannt sein, aber aktuell die Zinsentwicklung wirklich eher positiv und ein gutes Vorzeichen für 2024, wenn ihr da bauen wollt. Dann wirklich noch wichtiger Tipp, stimmt euch eng mit eurem Finanzierungsberater, mit eurer Bank ab, wann der beste Zeitpunkt ist, für euch dann den Kreditvertrag wirklich fix zu machen, weil da gibt es auch wirklich immer die Schwankungen in den Zinssätzen, mal geht es nach oben, mal geht es nach unten und das kann halt 0,1, 0,2% Unterschied dann für eure Finanzierung bedeuten und das macht über die Laufzeit dann auch schnell wieder 10, 15, 20.000 Euro aus, je nach Summe, die ihr finanziert. Also bleibt da wirklich im engen Kontakt mit eurer Bank, mit eurem Finanzierungsberater, die kriegen immer ein bisschen vorher mit, wann sich ein Zins verändern wird und ob es eine gute oder positive oder eher negative Entwicklung ist und dann könnt ihr wirklich reagieren und für euch einen guten Zinssatz dann sichern. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache aktuell, die Zinsen im Blick zu behalten und wie gesagt, wenn ihr euch vor 3, 4, 5 Monaten über den finanziellen Rahmen, den ihr euch leisten könnt, informiert habt, dann kann es Sinn machen, das jetzt Anfang des Jahres nochmal zu tun, weil der Zinssatz sich einfach verändert hat. Und noch ein wichtiger Tipp bezüglich der Finanzierung. Ich habe mitbekommen, dass zum Beispiel eine 15-jährige Zinsbindung, wo der Zins für 15 Jahre fest ist, fast genauso teuer ist wie eine 20-jährige Zinsbindung, also wo ihr nur noch einen minimalen Zinsaufschlag noch habt, der vielleicht gar nicht mehr so ins Gewicht fällt, ihr habt aber 5 Jahre mehr Sicherheit. Also da kann es gerade wirklich Sinn machen, sich mit einem Finanzierer jetzt zusammenzusetzen, einfach mal zu gucken, wo sind gerade so die Themen am Markt, wo man ein bisschen was mehr bekommt, ohne wirklich mehr dafür zu bezahlen und deswegen schaut euch die Finanzierung jetzt nochmal an, vor allem wenn es jetzt schon wieder 3, 4, 5 Monate her ist, weil da ist einfach gerade sehr viel Bewegung in dem Markt. Punkt Nummer 2 ist die staatliche Förderung und da ist ja jetzt Ende letzter Woche der Förderstopp beschlossen worden erstmal oder die Gelder sind aufgebraucht, die Töpfe, die es für dieses Jahr gab, für die KfW-Programme 297 und 298, also klimafreundlicher Neubau und aktuell geht aber die KfW davon aus, dass es damit weitergeht im Januar, wobei man das eben noch nicht sicher weiß, weil da eben dieser Bundeshaushalt mit dranhängt, weil die Mittel müssen ja irgendwoher finanziert werden. Deswegen kann es auch sein, dass es da vielleicht auch erst im Februar oder März dann weitergeht und man wieder KfW-Kredite beantragen kann, also das muss man aktuell auch wirklich im Auge behalten und da dann auch so flexibel sein zu sagen, okay, entweder, weil jetzt wird es ja wichtig, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe, muss es ja abgebildet sein, dass ich aktuell keine Förderung beantragen kann, sondern vielleicht sogar erst wieder im März. Also da müsst ihr dann einmal eine längere Festpreisbindung mit der jeweiligen Baufirma vereinbaren oder verhandeln und auf der anderen Seite ist es wichtig, auch trotzdem jetzt, auch wenn es gerade keine Förderung gibt, diesen Vorbehalt, diese auflösende Bedingung mit in den Vertrag mit aufzunehmen, damit ihr noch die Möglichkeit habt, dann eine Förderung zu beantragen, wenn es die dann nächstes Jahr wieder gibt. Aber ich gehe eigentlich grundlegend schon davon aus, weil es auch seitens der Regierung immer hieß, die Neubauförderung und sowas wird nicht angetastet, das ist ein wichtiger Bestandteil für die Klimatransformation und so weiter. Also von dem her würde ich jetzt mal sagen, auch hier die Vorzeichen eher positiv. Dieser Run auf die Töpfe hatte jetzt nur stattgefunden, weil eben eine gewisse Unsicherheit da war. Sonst wäre jetzt auch der Topf wahrscheinlich gar nicht leer gewesen, sondern man hätte einfach durchgehend dann weiter beantragen können. Aber jetzt ist es wie es ist, aktuell die Töpfe leer, nächstes Jahr möglicherweise aber wieder eine Förderung möglich. Und deswegen kann man auch weiterhin als EH40 planen und sich eben die Optionen immer geben lassen über Einzelpreise. Was würde dann passieren, wenn ich dann doch nicht nach EH40 baue? Wie verhalten sich dann die Baukosten? Gehen die dann ein Stück weit nach unten? Was ja so sein sollte, weil man ja auch weniger Dämmung etc. dann braucht. So und damit sind wir bei Punkt Nummer 3 und das ist die Baupreisentwicklung. Und auch hier haben wir eigentlich ein sehr positives Vorzeichen. Nämlich man muss sich mal vorstellen, die letzten 5, 10 Jahre eigentlich gab es jedes Jahr eine Preiserhöhung um mal mindestens 5% so über dem Branchendurchschnitt. In den letzten 2 Jahren noch deutlich mehr, da gab es auch mal Preiserhöhungen von 10% dann pro Jahr. Oder sogar noch mehr. Allein der Baupreisindex ist ja von 2021 auf 22, ich glaube um 15% gestiegen. Also da gab es wirklich enorme Preisentwicklungen. Und jetzt sehen wir, dass die Baupreise wieder ein Stück weit zurückgehen. Wir sehen das jetzt nicht als offizielle Preissenkung, sondern eher als Rabatte. Also dass Firmen wieder bereit sind, so zwischen 5 und 10% Rabatt zu geben. Das sehen wir jetzt zumindest im Fertighausbereich, aber auch im Steinhausbereich habe ich da schon Ähnliches in die Richtung gesehen. Also das ist ja dann auch ein Rückgang der Baukosten, jetzt für schlüsselfertige Häuser mal gesehen, wo man das jetzt nicht so nach den einzelnen Gewerken aufgliedern kann. Aber wo wir insgesamt sehen, dass die Preise so um 5-10% jetzt eher gefallen sind, seit dem Hoch Anfang 2023. Von dem her ist das eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ich glaube auch, dass die in 2024 leicht weitergeht. Ich würde jetzt keine großen Preisrückgänge erwarten, also jetzt nicht darauf spekulieren, dass das Haus nochmal 10% günstiger wird. Aber dass zumindest keine Preiserhöhung stattfindet, sondern dieses etwas niedrigere Niveau sich hält. Das halte ich auf jeden Fall für realistisch. Und vielleicht wirklich dann noch weitere Preissenkungen, so im, ja auch nochmal zwischen 2, 3, 4% vielleicht, die dann möglich sind. Aber das hängt jetzt natürlich auch wieder von einer Förderung, von einer Nachfrage von Bauzinsen ab. Weil sobald die Bauzinsen natürlich nach unten gehen, könnte die Nachfrage auch wieder sprunghaft ansteigen und dann die Baufirmen wieder die Preise anziehen. Oder wieder Themen kriegen, weil ja auch sowas wie ein Fachkräftemangel und sowas nicht gelöst ist. Also da gibt es ja trotzdem zu wenige Leute und es werden ja immer weniger, weil einfach mehr in Rente gehen, die eigentlich Fachkräfte sind. Also von dem her wird es ja in der Hinsicht erstmal nicht so wirklich besser, was so die insgesamte Lage angeht. Aber aktuell ist einfach aufgrund der schon fast strangulierten Nachfrage, dass einfach die Preise auch dementsprechend nach unten gehen. Wenn jetzt natürlich die Zinsen, wie gesagt, auch nach unten gehen und sich wieder mehr Leute leisten können, wenn sie dann ein bisschen kleiner planen und so weiter, dann könnte es natürlich auch nochmal spannend werden, wie sich dann die Preise verhalten. Aktuell sehe ich aber wirklich eher ein gleichbleibendes bis leicht sinkendes Preisniveau. Was sich jetzt in den letzten vier, fünf Monaten so durchgesetzt hat und was wir da gesehen haben, von dem her eigentlich auch ein positives Vorzeichen für 2024. Und wenn ihr das da plant, dann würde ich jetzt auf jeden Fall mal hingehen und verschiedene Angebote vergleichen und gucken, was ist denn preislich noch machbar. Da kann ich auch gerne unterstützen. Schreibt mir einfach mal an fertighausexperte.com-kontakt und dann können wir einfach mal durchgehen, was für euer Bauvorhaben irgendwo realistisch ist und was so die beste Vorgehensweise ist. Punkt Nummer vier sind die Grundstücke und auch da sehe ich für 2024 die besten Chancen in einem Neubaugebiet. Also wenn bei euch in der Region Neubaugebiete vorhanden sind, dann ruft da wirklich mal beim Bauamt an, weil diese Grundstücke, kurz zur Erklärung, in einem Neubaugebiet werden ja immer Grundstücke verkauft. Und die gehen dann an eine Liste von Leuten, die sich da draufsetzen haben lassen. Das heißt, man konnte sich anmelden und sagen, hier, ich hätte gerne eins von diesen Grundstücken. Und in der Vergangenheit war es so, da gab es halt dann 200 Bewerber auf 30, 40 Grundstücke vielleicht. Und jetzt war es aber so, in den letzten anderthalb Jahren, weil eben die Zinsen so stark gestiegen sind und diese Prozesse ja immer ein bisschen dauern, also das Grundstück oder das Baugebiet wird ausgeschrieben, man kann sich dafür anmelden. Und dann ist aber vielleicht erst anderthalb oder zwei Jahre später der Fall, dass man es wirklich kaufen kann. Und in diesem Zeitraum sind jetzt die Zinsen stark gestiegen. Das heißt, viele, die jetzt vielleicht auf der Liste standen und eine Zusage für ein Grundstück hatten, haben jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit, da drauf zu bauen, weil einfach die Zinsen zu stark gestiegen sind. Die können es sich nicht mehr leisten. Und ich hatte jetzt im letzten Jahr ganz, ganz viele Bauherren, die durch so ein Nachrückverfahren oder eben bei einem Bauamt, weil sie da angerufen haben, da wirklich ein Grundstück gefunden haben. Das ist aktuell wirklich der aller, allerbeste Weg. Okay, diese Grundstücke findet ihr natürlich nicht auf ImmoScout, auf Immowelt und so weiter, sondern die sind wirklich nur bei den Gemeinden, weil die schreiben das ja nicht wirklich als, oder machen da kein Inserat, ja. Sondern da müsst ihr wirklich beim Bauamt anrufen und es kann Sinn machen, das jetzt bei euch in der Region mal zu machen, in den Gemeinden, wo es Grundstücke gibt. Weil ich kenne auch gerade aus dem Bekannten- und Familienkreis, da gibt es einfach gerade Baugebiete, wo vielleicht gerade jemand gebaut hat, wo einfach noch fünf oder sechs Grundstücke wirklich leer sind und auch nicht verkauft. Ja, und da will auch gerade keiner. Von dem her, wenn ihr das in 2024 angehen wollt, weil ihr seht, ah, okay, die Zinsen verbessern sich, die Baukosten haben sich verbessert, eine Förderung ist dann wieder da. Aktuell wieder eine gute Phase und Grundstücke sind halt auch verfügbar. Das war ja die Jahre davor, wo es vielleicht zu bauen ein bisschen billiger war oder günstiger war und die Zinsen niedriger waren, aber es war halt einfach nicht möglich, ein Grundstück zu finden, ja. Oder für das Grundstück musste man dann horrende Preise bezahlen und das sind halt alles so Möglichkeiten, wo es aktuell wirklich deutlich besser ist und wo man Grundstücke bekommen kann. Deswegen ruft mal beim Bauamt an und dann habt ihr da eventuell eine Möglichkeit, was zu kriegen. So, und damit kommen wir zu Punkt Nummer fünf und das ist, glaube ich, so der heißeste Trend, den ich in der Baubranche in 2024 sehe und das sind kleine Mehrfamilienhäuser. Wir hatten dieses Jahr, ich glaube, schon 20 Mehrfamilienhausprojekte begleitet, wo ich Bauherren begleitet habe, die so ein Haus bauen möchten. Also so ein kleines Mehrfamilienhaus spreche ich jetzt von vier Wohneinheiten plus ein Penthouse obendrauf oder sechs Wohneinheiten oder mal acht Wohneinheiten, ja. So maximal drei oder vier geschossig dann in der Regel. Das sind so die Mehrfamilienhäuser, die ich hier meine und wirklich von privaten Bauherren gebaut und geplant und nicht eben von öffentlichen Trägern oder Bauträgern, sondern wirklich eine Privatperson hat ein Grundstück, sucht sich einen Architekten, plant ein Mehrfamilienhaus und lässt es dann von einer Baufirma bauen. Wir haben hier jetzt, wie gesagt, 20, ich glaube so 20 Projekte waren das circa, die wir dieses Jahr betreut haben und das ist deutlich, deutlich mehr, als es zum Beispiel noch in 2022 der Fall war. Da hatten wir vielleicht drei oder vier Projekte, ja. Also das ist wirklich deutlich mehr geworden und das erwarte ich auch für 2024, dass es da einfach noch mehr wird, weil Mehrfamilienhäuser nehmen gerade alle positiven Trends mit. Die Baukosten gehen nach unten, was wir jetzt schon gesehen haben. Eine Förderung ist da, die man pro Wohneinheit mitnehmen kann. Also wenn man dann nach EH40 baut, kann man pro Wohneinheit 100.000 Euro mitnehmen, was schon wirklich ein Faktor ist. Und auf der anderen Seite steigen ja auch die Mieten, weil einfach viel zu wenig gebaut wird, ja. Und viel zu wenig Potenzial da ist und viel zu wenig Wohnraum da ist. Das heißt, wer gerade die Möglichkeit hat, ein Mehrfamilienhaus zu bauen, das ist wirklich eine Anlageform, die extrem gut funktionieren kann. Vor allem, wenn man es dann in Fertigbauweise umsetzt, weil da eben der Effizienzhausstandard mit 40, EH40 schon sehr gut machbar ist. Auch ein QNG-Zertifikat ist da gut machbar, wo man dann sogar 150.000 Euro pro Wohneinheit an Fördermitteln bekommen kann. Jetzt mal vorausgesetzt, es geht 2024 weiter. Da hat man wirklich extrem gute Möglichkeiten. Plus man hat halt dann eine hochwertige Bausubstanz und kann wirklich gut vermieten. Also und eine Planbarkeit, weil halt ein Fertighausanbieter das dann auch zu einem Festpreis umsetzen kann. Und natürlich auch frei geplant. Da gibt es ja einige Anbieter, die das mittlerweile können. Und, und das ist auch so ein Faktor, warum ich das als Trend sehe für 2024. Ich bekomme auch mit, dass immer mehr Fertighausanbieter sich mehr darauf einstellen, solche Häuser zu bauen. Weil die einfach merken, so ihr Brot- und Buttergeschäft, so ein klassisches Einfamilienhaus, vier Wände, Dach drauf im Neubaugebiet, das findet nicht mehr so viel statt. Und deswegen versuchen sich viele da gerade weiterzuentwickeln, machen da eigene Abteilungen oder gründen da eigene Abteilungen für Mehrfamilienhäuser und sammeln da Know-how. Und diese 20 Projekte, die wir dieses Jahr begleitet haben, die waren auch alle in Fertighaus- oder in Fertigbauweise geplant. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und da ziehen auch die Firmen gerade mit, bauen da Know-how und Personal auf. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wenn man da in Zukunft was machen will. Von Drei-Familienhaus bis, wie gesagt, so sechs, sieben, acht Parteien. Da ist wirklich viel machbar. Und wenn ihr da mal dazu sprechen wollt, wenn ihr da ein Projekt habt, dann schreibt mir gerne einfach an fertighausexperte.com schrägstrich Kontakt. Wie gesagt, wir haben ja so ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir genau mal über solche Themen sprechen können. Beste Vorgehensweise, welche Anbieter passen dazu, also ein paar Erfahrungswerte einfach. Und wie sollte man das Ganze wirklich aufziehen, auch bezüglich Förderung, Finanzierung. Da können wir gerne was beitragen, weil da haben wir mittlerweile, wie gesagt, sehr viel Know-how angesammelt. Und das sehe ich auch für 2024 als einfach ein sehr großes Thema. Dann noch ein kleines Update zu den Bauzeiten. Die gehen aktuell zurück, vor allem eben im Fertighaus-Bereich. Da habt ihr es vielleicht auch mitbekommen, wenn ihr so ein bisschen euch in der Branche informiert habt. Oder wenn ihr euch Angebote eingeholt habt und die Firmen mal gefragt habt, hey, wie lange dauert es denn, wenn wir jetzt heute den Vertrag unterschreiben, wann können wir denn wirklich im Haus wohnen. Und da gab es halt einfach in den letzten Jahren sehr viele Anbieter. Da habt ihr den Vertrag unterschrieben und erst zwei oder sogar zweieinhalb Jahre später konntet ihr ins Haus einziehen. Das war bei wirklich vielen Anbietern die Regel. Heute sind diese Bauzeiten wieder deutlich zurückgegangen. Also es gibt zwar immer noch Anbieter, bei denen dauert das immer noch zwei Jahre. Aber es gibt auch wieder sehr viele Anbieter, da seid ihr vielleicht so zwischen 15 und 18 Monaten, also eher so anderthalb Jahre. Und es gibt auch wieder einige, da dauert es nur neun bis zwölf Monate. Wenn ihr heute den Vertrag unterschreibt, hatte ich jetzt neulich Bauherren, die haben zum Beispiel im August diesen Jahres den Vertrag unterschrieben. Und jetzt im Dezember kommt noch das Haus. Die sind dann mit Ausbau bei allem, so bei neun bis zehn Monaten, wie der Hausbau dann durchläuft. Also wenn das jetzt für euch ein Faktor ist, dann ist gerade die Fertigbauweise da wieder deutlich besser geworden. Weil einfach die Nachfrage nachgelassen hat und es wieder Anbieter gibt, wo das wirklich super schnell geht und auch deutlich schneller als es ein Steinhaus könnte. Also von dem her, da gibt es wieder gute Möglichkeiten und so dieser Vorteil des Fertighauses, dass es wirklich schneller geht, stellt sich langsam wieder her. Obwohl es ja über ne lange Zeit jetzt nicht so war, weil diese Firmen einfach sehr lange Lieferzeiten hatten. Klar, wenn es dann mal auf der Baustelle ist, dann dauert es halt noch drei bis fünf Monate, je nach Hausgröße und Ausbaustandard, den ihr habt oder Ausbaustufe, die ihr gewählt habt. Aber das wird jetzt immer besser und auch bei den Anbietern, die zwei Jahre oder sogar über zwei Jahre Bauzeit hatten, auch die gehen jetzt eher wieder Richtung 20 Monate, 22 Monate. Also da sehen wir wirklich auch den positiven Trend, dass die Bauzeiten kürzer werden. Und dann haben wir noch ein Risiko, das ich euch für 2024 auf jeden Fall auch mitgeben möchte, wenn ihr da ein Haus bauen möchtet. Und das ist das Insolvenzrisiko. Wir haben ja dieses Jahr schon einige Insolvenzen erlebt, gerade von Fertighausanbietern, aber auch von einigen anderen Firmen, weil einfach das Marktumfeld deutlich schwieriger geworden ist. Und gerade Firmen, die kein Eigenkapital hatten oder da eh schon in der wirtschaftlichen nicht so Optimallage waren, die hat es jetzt leider erwischt. Da waren ja einige Firmen dabei, die auch wirklich Namen hatten. Und das, glaube ich, wird für 2024 auch einfach noch weitergehen, weil einfach die Nachfrage, auch wenn es jetzt mit den Zinsen ein bisschen nach unten geht, könnte für manche Firmen trotzdem jetzt schwierig geworden sein. Und da muss man jetzt auf jeden Fall die Augen aufhalten. Es gibt ja so verschiedene Sachen, die man da jetzt machen kann. Einmal vertraglich ansetzen, dass man einfach etwas mehr Sicherheit vereinbaren kann, sei es über den Zahlungsplan oder eben Zusatzvereinbarungen. Und natürlich auch vorab prüfen, wie solvent ist denn eine Firma. Wie gesagt, wenn ihr da mal Erfahrungswerte besprechen möchtet, dann schreibt uns gerne. Wir ziehen uns auch regelmäßig die Kreditreformauskünfte von Firmen und schauen uns die Bilanzen an und so weiter. Wir können es natürlich auch immer nur in einem gewissen Maß beurteilen, aber wir geben uns da Mühe, uns wirklich einen Überblick zu verschaffen. Und es gibt einfach Möglichkeiten, wie ihr die Sicherheit noch ein bisschen erhöhen könnt. Und da könnt ihr mir, wie gesagt, auch gerne schreiben, einfach an fertighausexperte.com-kontakt. Und dann können wir auch gerne mal Erfahrungswerte zu den Firmen durchgehen, mit denen ihr gerade so dran seid. Oder wenn ihr dann eh eine Vertragsprüfung, Vertragsauswertung mit uns machen wollt, dann können wir genauso über dieses Insolvenzrisiko sprechen, wie man das ein bisschen abfedern kann und verbessern kann, weil da gibt es einfach ein paar Ansatzpunkte, die man da auf dem Schirm haben sollte. Also Punkt Nummer 7, Insolvenzrisiko sehe ich für 2024 nochmal als größeren Punkt. Und sollte man natürlich auch, wenn man jetzt Gewerke einzeln vergibt oder einfach über einen Architekten das Ganze steuert, sollte man das natürlich trotzdem auch im Blick haben. Also es sind ja nicht nur größere Fertighausanbieter oder allgemein Fertighausanbieter, die da in Probleme kommen, sondern auch eine Firma, die vielleicht nur 10 Häuser im Jahr baut oder eine Firma, die halt Bäder macht oder was auch immer. Die können ja genauso in Schieflage geraten, wenn dann Aufträge ausbleiben. Oder wenn Bauherren auf einmal nicht mehr zahlen können, weil auch ein Badhersteller oder ein Sanitärfachbetrieb, der hat halt vor, weiß ich nicht, einem Jahr dann den Auftrag bekommen und der Bauherr hat dann auch gemerkt, gerade wenn man jetzt keinen Festpreis hat, wenn man mit einem Architekten baut, dann merkt man ja erst relativ spät, wie teuer es eigentlich wirklich geworden ist. Oder macht vielleicht die Finanzierung auch relativ spät und merkt dann, weil andere Dinge schon teurer geworden sind, Rohbau ist teurer geworden, dass für das Bad gar nicht mehr so viel da ist. Und dann muss man da wieder kürzen. Und der Sanitärfachbetrieb hat aber natürlich auch mit einer gewissen Summe an Umsatz gerechnet, die dann aber gar nicht da ist. Also den Firmen könnte es ja, oder die Firmen könnte es ja genauso erwischen. Deswegen muss man auch da natürlich drauf schauen. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das solltet ihr für 2024 auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja, das mal so ein kleiner Überblick für die Themen, die mich gerade so umtreiben, wenn ich an 2024 denke und an den Hausbau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Trends für nächstes Jahr seht. Zinsentwicklung, Baupreisentwicklung, wie ihr das aktuell so einschätzt. Auch wenn ihr die letzten Wochen und Monate jetzt schon am Markt wart und euch Angebote eingeholt habt. Dann ist es ja ganz spannend, wenn wir da ein bisschen was sammeln können. Und wie gesagt, wenn ihr über euer Vorhaben sprechen möchtet, dann schreibt mir gerne. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. vonBIG-K Vielen Dank.